Hallo Leute, hier ist wieder Dan28 und das ist Dan28Zip mit einem neuen Video. Dieses Mal zeug ich Agario und ich hab heute noch eine ganz neue Stimme und jetzt legen wir mal los. Für alle, die es gerade nicht verstanden haben, ich zeige jetzt hier gerade Agario. Nach diesem Video gestern mit Slither.io und falls euch hier dieses Video übrigens schon mal nicht gefallen tut, wegen meiner Stimme am Anfang, ist das kein Problem, ich werde nicht immer mit dieser Stimme reden, das war mal einmalige Sache. Es sei denn, ihr fandet es irgendwie komisch, dann könnte ich vielleicht auch mehrmals dann, aber zurück zum Video. Wow, 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 wow. Hier, hier geht richtig die scheisse ab, man. Wow, oh, ey, danke. Nein Ja gern nein 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 gleich alle alter ich schwöre Nein 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 Alter 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 Was kommen hier für riesige Schweine Nein 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 Ich habe schon ein bisschen schiss in diese richtung zu gehen aber wenn es so ein riesiger die Dinge aufkommt alter alter Ja Oh ja komm her komm her Was das ist das ende der Schade Ich habe immer noch angst das ist irgendwas riesiges kommt oder so Oh Hey Also bis jetzt läuft diese nahe da gehe ich dir mal lieber nicht rein hey Oh Na ja okay Nein Oh Danke Danke nein 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 wo bin ich hier geraten wo bin ich hin geraten nein ja ja das habe ich gewusst okay noch mal weiterspielen übrigens ich sage jetzt auch schon mal was ich morgens spiele morgen spiele ich wahrscheinlich war endlich ja ich mache es erst mal aus spieler weg damit ho 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 alter bin ich klein nein nein allah die sind alles so groß echte horror im übrigen ich mache jetzt nur noch sechs runden hier wo 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 oh mein gott ok fünf runden ich bin kein roboter mit einer roboter bin ok als kleines bällchen ist es immer so schwer dort zu überleben wo 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 stefan 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 du alles nein es ist ein schrittiger wein stefan kennt man diese werbung dann will man sagen weil herr stefan das geht es aber auch echt auf den auf die nerven dieses bilder wie capture vier und noch war so hier nein drei runden ja ich sehe die runden auf ich soll es mir vielleicht übrigens mal aufschreiben damit ich nicht immer reinreden muss im nächsten video 2 oder was 3 top 2 wo aber was ich definitiv nicht mehr spielen wer ist ich würde sagen eine runde noch so ich war den vollbildschirm weg letzte runde mal sehen wie es läuft hoffe ich so gut wie der ersten oha ja okay ich habe gesagt ich mache nur jetzt nur noch sechs runden habe ich also und diese sechs runden sind jetzt vorbei somit war es das mit video bis zum nächsten mal falls ihr dieses video gefallen haben sollte lasst ein leichter wenn ich meine anderen wie es gefallen dann abonniert diesen kanal und dieses ding geht mir richtig auf den sack bis zum nächsten mal